Mein Name ist Katja Ebling und im Namen der Volkswagen Stiftung begrüße ich Sie nach gefühlt wirklich sehr, sehr langer Zeit hier wieder im Explanatorium Herrenhausen. Ich hoffe, es ist Ihnen in den vergangenen Monaten zumindest gesundheitlich sehr, sehr gut gegangen und Sie haben die Corona-Pandemie hoffentlich weitestgehend ohne Nebenwirkungen überstanden. Als wir unser heutiges Forum Künstliche Intelligenz in der Medizin über den Wandel des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient planten, konnten wir nicht ahnen, wie sehr unsere aller Gesundheit gefährdet sein würde, wie wir es hier nicht nur in Deutschland, sondern weltweit seit März erlebt haben. Und plötzlich erschien vielen der Weg in die ärztlichen Praxen erschwert oder manchen gar unmöglich. Diagnosegespräche erfolgten plötzlich per Telefon oder per Videoschalte oder Videosprechstunde. Es gab da allerhand Modelle. Letztlich musste die medizinische Versorgung über Nacht nahezu vollständig neu organisiert werden. Unsere Frage natürlich wäre, hätten hier KI-basierte Diagnosesysteme schon helfen können? Hätten sie zu einer Entlastung des Versorgungssystems beitragen können? Auf jeden Fall hätte KI hier wohl die Chance gehabt, ihren Schrecken in der Bevölkerung zu verlieren. Und viele verbinden ja mit künstlicher Intelligenz irgendwie immer noch etwas Gefährliches, etwas Monstermäßiges, was uns ja alle überfallen und uns bestimmen und dirigieren wird. So ist es ja nicht. Und wie die KI steckt da vergleichsweise in den Kinderfüßen und wird nicht sofort die Welt beherrschen. Hier hätten Systeme, glaube ich, viele Vorteile gehabt, wenn wir sie hätten in dieser Corona-Pandemie schon einsetzen können. Aber wie gesagt, meines Erachtens gibt es noch nicht solche Systeme, die wir hätten flächendeckend einsetzen können. Aber was kann künstliche Intelligenz nun genau dazu beitragen, das Verhältnis zwischen Arzt und Patient zu verbessern? Und wie genau funktioniert sie? Das kann natürlich nicht ich beantworten. Aber ich freue mich wie immer, dass hier hinter mir ein hochkarätiges Podium versammelt ist, welches die dabei entstehenden Fragen und vertiefenden Aspekte hier heute erörtern wird. Die Professoren Werner Nahm und Antonio Krüger werden etwas dazu sagen, wie KI-basierte Systeme und computergestützte Analytik eigentlich genau aussehen. Wie funktioniert das? Was steckt dahinter? Das ist ja, was wir viele gar nicht für uns so denken können. Also wie sieht das genau aus? Über konkrete Einsatzmöglichkeiten, rechtliche und ethische Grenzen und die sich verändernde Interaktion zwischen Ärztin und Patienten wissen dann bestens Bescheid. Die Medizinrechtlerin Dr. Fusina Molnar-Gabor, der Organisationspsychologe Dr. Markus Lange, Entschuldigung, sowie der noch stellvertretende Direktor der MHH-Kinderklinik, Prof. Lars Pape. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute nach Hannover gekommen sind und viele von Ihnen sogar von ganz weit her, Saarbrücken, Karlsruhe. Und das möchte ich doch in diesen schweren Zeiten besonders wertschätzen, dass Sie sich für uns in den Zug nach Hannover gesetzt haben. Selten hatten wir so viele Gäste aus unmittelbar von der Volkswagen Stiftung geförderten Projekte. Viele von Ihnen, die unsere Veranstaltung im vergangenen Jahr besucht haben, wissen, dass es in der Volkswagen Stiftung eine Initiative gibt mit dem Namen Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen seit 2017 fördert die Volkswagen Stiftung hier oder seit 2018 Projekte und untersucht die Auswirkungen von KI quasi auf all unsere Lebensbereiche insgesamt wurden. Bis Ende 2019 36 Projekte mit insgesamt 5,1 Millionen Euro durch die Volkswagen Stiftung gefördert und die Initiative läuft auch weiter. Für all diejenigen, die sich für Künstliche Intelligenz nicht nur in der Medizin interessieren, empfehle ich auch unser Herrenhäuser Forum am 8. Dezember. Da nehmen wir diesmal KI in der Landwirtschaft in den Blick und zwar genauer gesagt KI in der Massentierhaltung. Und wie lässt sich da KI tierwohlorientiert einsetzen, was ich denke angesichts der Skandale, die wir jetzt haben, ein ganz spannendes Thema ist. Anmelden können Sie sich zu all unseren Veranstaltungen, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, immer erst 14 Tage vor der Veranstaltung. So bevor wir jetzt aber gleich losgehen, Sie kennen mich, bin ich ja immer neugierig. Wer sind Sie und wie stehen Sie zu dem Thema vor und nach unserer Veranstaltung? Zuerst mal würde mich interessieren, um zu gucken, mit welchem Publikum haben wir das denn zu tun? Wer von Ihnen ist denn Mediziner? Das würde ich sagen, ist ein Fünftel oder noch weniger und der Rest war, denke ich, zumindest schon mal Patient oder Patientin. Dann hätten wir das geklärt und unser Podium weiß so in etwa, wo Sie stehen und wer hier wofür Experte ist. So aber interessiert, mich interessiert vor allen Dingen, was erwarten Sie sich von KI-basierten Diagnosesystemen? Also denken Sie, dass KI-basierte Diagnosesysteme einen Fortschritt für die Medizin beziehungsweise die medizinische Versorgung bedeuten oder bedeuten werden? Wer diese Auffassung ist, der hebe doch bitte mal die Hand. Das finde ich ja sehr, sehr positiv. Ich sehe ja nahezu keinen. Wir könnten mal den Gegenfrage machen, wer sagt Nein-Fortschritt, würde ich mir davon nicht erwarten? Niemand. Also das ist doch sehr, sehr beeindruckend. Und was denken Sie, wie wird KI das Rollenverständnis zwischen Arzt und Patient oder Ärztinnen und Patientinnen verändern? Wird es zu mehr Gleichberechtigung und Begegnung auf Augenhöhe führen können oder nicht? Also wer von Ihnen ist der Meinung, da könnte mehr Augenhöhe für beide Seiten rauskommen? Der hebe jetzt die Hand und das würde ich sagen, verschwindet gering, vielleicht so zehn und dann machen wir mal den Gegencheck. Also wer denkt, dass sich das Verhältnis zwischen Arzt und Patient oder Ärztin und Patientin dadurch nicht verändern wird? Das ist die mehr als deutliche Mehrheit. Dann sind wir ja gespannt. Das ist ja das Thema unseres heutigen Abends. Wie ändert sich das Verhältnis zwischen Ärztinnen und Patienten und Patientinnen? Und es wäre toll, wenn unsere Moderatorin des heutigen Abends, Annette Riedel von Deutschlandfunk Kultur, vielleicht am Ende diese Frage allen nochmal stellte. Und dann können wir daraus gut Schlussfolgern, ob wir sie gedanklich haben, in Bewegung bringen können. So, jetzt möchte ich aber Sie nicht länger auf die Folter spannen. Am Ende möchte ich nur nochmal Dank sagen, das ist ja ganz wichtig, meinen Kolleginnen Gina Tiller und Sibylle Rahm und dem Team von Schloss Herrenhausen, die diese Veranstaltung wunderbar vorbereitet haben und versucht haben, alle, ich glaube nicht nur versucht haben, sondern es mit Erfolg geschafft haben, alle Corona-Auflagen ordnungsgemäß zu erfüllen. Unserem Podium, allen Gästen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Ihnen natürlich herzlichen Dank, dass Sie uns nicht im Stich gelassen haben und dass Sie weiterhin kommen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wer von Ihnen ist dann tatsächlich das erste Mal hier im Schloss Herrenhausen? Also in der Krise haben wir keine neuen Gäste gewonnen, aber alle sind uns offensichtlich treu geblieben. Also schön, dass Sie alle da waren und jetzt wünsche ich Ihnen einen interessanten und spannenden Abend. Ach so, was ich noch ankündigen darf. Leider können wir Sie nicht mehr einladen unter Corona-Bedingungen zum anschließenden Glas Wein im Foyer, weil das Miteinanderstehen noch nicht so möglich ist. Aber wie gesagt, vielleicht können Sie jetzt am Platz dafür ein Schlückchen genießen. Auf jeden Fall Ihnen jetzt einen interessanten und spannenden Abend. Ja, von mir auch einen schönen guten Abend. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, wie das hier ist. Ich baue fast eine Brille, um einen Gesprächspartner zu sehen. Sonst ist es so schön, wenn wir nah beieinander sitzen und einer redet zu viel, kann man mal dezent die Hand auflegen. Also wenn, dann müssen wir uns hier zuwinken, aber verstehen werden wir uns hören, wählen wir uns. Schön, dass Sie da sind. Spannendes Thema. Ich glaube, wir haben viel zu diskutieren und der Ablauf ist so, dass wir eine Stunde aufnehmen. Sie werden sich vielleicht wundern, dass das eine oder andere dann so etwas formaler klingt. Ich muss eine Ansage machen, ich muss eine Zwischenansage machen für diejenigen, die nur die Radiosendung hören und vielleicht nicht schon beim Ton des Zeitzeichens da sitzen und nur drauf warten, sondern später einschalten, damit Sie wissen, worüber wir hier reden und wer redet. Und wenn wir eine gute Stunde, rund eine Stunde diskutiert haben, dann können Sie gerne fragen. Auch das müssen wir ein bisschen anders machen als sonst. Sie kriegen die Mikrofone nicht in die Hand, aber es kommt ein netter Mensch an Ihren Platz, wenn Sie sich melden und hält Ihnen das Mikrofon dann für eine Frage oder eine kurze Bemerkung zu unserer Diskussion hin. Gut, dann würde ich denken, liebe Technik, schmeißt mal alles an für die Aufnahme, was ihr braucht. Und dann legen wir los. Ich begrüße Sie zu einer Diskussion, die wir in dieser Woche bei einer Veranstaltung in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung beim Herrenhäuser Forum in Hannover aufgezeichnet haben. Unser Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin über den Wandel des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient. Es diskutieren der Arbeits- und Organisationspsychologe Dr. Markus Langer, der Mediziner Prof. Lars Pape, die Expertin für Medizinrecht Dr. Frugina Molnar-Gabor, der Fachmann für Biomedizinische Technik Prof. Werner Nahm und der Forscher in Sachen KI, Künstliche Intelligenz, Prof. Antonio Krüger. Herr Krüger, Sie forschen am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Saarbrücken. Wir brauchen schon eine kleine Begriffsbestimmung am Anfang dieser Diskussion. Wovon reden wir, wenn wir von Künstlicher Intelligenz sprechen? Ja, einen schönen guten Abend. Wenn wir von Künstlicher Intelligenz sprechen, reden wir am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in der Regel von Informatiksystemen, die bestimmte Leistungen unterstützen des Menschen, teilweise Leistungen des Menschen auch ersetzen, die man häufig mit kognitiven Fähigkeiten assoziiert. Mit kognitiven Fähigkeiten assoziiert. Das bedeutet, auf eine gewisse Art und Weise bauen wir Systeme, die sich an diesen kognitiven Fähigkeiten des Menschen orientieren und teilweise auch weit über die Fähigkeiten des Menschen hinausgehen oder aber gemeinsam mit den Menschen neue Fähigkeiten entwickeln, die in diesem Zusammenspielen zwischen Mensch und Maschine neue Perspektiven öffnen. Für mich war, als ich mich eingelesen habe in das Thema zum wiederholten Mal jetzt bereits, das Schlüsselwort lernfähig, selbstlernende Systeme. Das haben Sie jetzt so gar nicht erwähnt. Nee, weil die Lernfähigkeit ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Künstlichen Intelligenz. Es ist aber nicht der einzige Aspekt. Also wir haben viele, also die menschliche Intelligenz hat ja viele Facetten. Die Lernfähigkeit ist eine, aber natürlich ist es auch wichtig, in einem Gesamtsystem zu schauen, wenn Sie einen Roboter zum Beispiel nehmen, dann ist die Lernfähigkeit eine Fähigkeit, aber die Fähigkeit mit der Umgebung intelligent zu interagieren, ist eine andere Fähigkeit zum Beispiel. Und was uns tatsächlich interessiert häufig, sind Systeme, die viele dieser Facetten übernehmen. Ein anderes Beispiel ist die soziale oder emotionale Intelligenz, die erstmal mit Lernfähigkeit kombiniert werden kann, aber tatsächlich auch nochmal ein anderer Aspekt ist. Werner Nahm arbeitet am Institut für Biomedizinische Technik des Karlsruher Instituts für Technologie. Künstliche Intelligenz, KI in der Medizin. Was kann Sie schon? Wo gibt es Sie schon? Ja, für uns als Entwickler von Systemen für die Medizin, für die Ärzte, auch mehr und mehr für die Patienten selber, ist die künstliche Intelligenz, wie sie hier angesprochen ist, erstmal ein Stück Software. Also ganz pragmatisch gesehen, wir haben hier ein Werkzeug, mit dem wir Dinge machen können, Probleme lösen können, die wir haben. Zum Beispiel, wenn wir ein, wie Sie schon gesagt haben, Diagnosesystem, ich bin mit dem Begriff Diagnose vielleicht nicht so glücklich, aber ein System, das hilft, Daten aus einer Datenquelle, aus einem Sensor, die vorverarbeitet sind und dann digitalisiert sind. Wichtig ist, wir sind hier im digitalen Bereich, das ist alles digital, was wir hier machen. Und die müssen wir jetzt, diese Informationen müssen wir jetzt geeignet aufarbeiten und darstellen, damit Sie die Verwender benutzen können, optimal. Und dazwischen steckt Software. Und das kann man jetzt unterschiedlich lösen, dieses Problem von den Rohdaten. Sie alle haben schon mal ein EKG gesehen zum Beispiel. Das ist eben auf so einer Zeitachse so ein Signal, das dann so komische Zacken macht und der Kardiologe wertet das aus und versucht daraus Informationen rauszuextrahieren. Und unsere Systeme können helfen, das möglichst gut vorzubereiten und vorzuarbeiten, sodass das, was dann der Kardiologe am Ende oder die Kardiologin noch macht, ein wesentlicher Punkt ist von dem, was die Menschen tun und tun müssen, die Ärzte. Aber das, was vorher auch von Maschinen gemacht werden kann, eben von Maschinen machen zu lassen. Und in dem Bereich gibt es jetzt zum Beispiel Einsatzgebiete für Methoden der künstlichen Intelligenz. Mammografieauswertung, Brustkrebserkennung, Demenzdiagnose. Und die Leistung der Algorithmen, dieser Pakete von Algorithmen, wenn man es erst mal darauf reduziert, besteht darin, dass Sie einfach sehr viel mehr Daten in sehr viel kürzerer Zeit auswerten können als jedes noch so geschultes menschliches Wesen? Das ist ein Vorteil. Ein Vorteil ist tatsächlich, dass wenn diese Systeme gut funktionieren und zuverlässig sind, dass sie in der Regel wesentlich schneller sind als die Menschen. Das heißt, man kann viel mehr in kürzerer Zeit machen. Das ist ein Vorteil dieser Systeme, der dann auch ausgenutzt wird. Und Sie haben das Beispiel gesagt, Bildverarbeitung ist eine Domäne jetzt geworden. Gerade dieser neuronalen Netze, also ein Teilgebiet wiederum der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens und Bilder zu erkennen, Strukturen in Bildern zu erkennen, einen normalen Befund von einem verdächtigen Befund zu trennen und das zu unterscheiden, Das ist die Domäne heute von solchen maschinellen Lernsystemen, die wir einsetzen und die uns erstaunliche Ergebnisse liefern, von denen wir natürlich wissen, dass es Grenzen gibt, dass es auch, sagen wir mal, Nachteile dieser Methoden gibt und das gilt es abzuwägen. Über die werden wir diskutieren. Lars Pape, stellvertretender Direktor der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. Wo und wie kommen denn KI-Systeme bei Ihnen in Ihrer Klinik schon ganz praktisch zum Einsatz? Also ich beschäftige mich ja primär mit einem besonderen Bereich in der Kindermedizin, nämlich mit der Nierentransplantation, wo wir angefangen haben, kleine KI-Systeme zu nutzen. Einerseits sammeln wir wirklich elektronische Daten, die Patienten zu Hause haben. Nach so einer Transplantation kommt es darauf an, wie verändert sich das Körpergewicht, wie ist es mit der Körpertemperatur, wie viel Urin wird ausgeschieden, wie ist der Blutdruck zu Hause. Und bisher sah es so aus, der Patient kommt, man hat diese Daten irgendwie in einem Heft dokumentiert, guckt sich das an, sagt so, ja, ist in Ordnung, nee, da ist vielleicht was nicht in Ordnung. Und wir entwickeln uns schrittweise dahinter, dass zum Beispiel diese häuslichen Daten dann zusammen mit Labordaten gesammelt werden und in einem KI-System dann Prognosefaktoren berechnet werden. Das System sagt, so, da ist jetzt ein Problem, weil der Blutdruck ist so, die Ausscheidung ist so, der ein Laborwert ist so. Das sagt mir jetzt vielleicht voraus, dass hier ein Problem mit der transplantierten Niere vorliegen kann. Und dann kann man als Arzt zum richtigen Zeitpunkt viel zielgerichtet, dass sich die Dinge angucken, die man hat und auch in anderen Bereichen, eben in der Bildanalyse, wie schon angesprochen, von Röntgenbildern, aber auch, wenn man ein kleines Stück Gewebe aus einem Organ nimmt, dann muss bis heute der Pathologe sich das mit seiner Erfahrung anschauen. Wenn man zusätzlich ein digitales System das gelernt hat, in gewisser Weise genauer hinzugucken, weil es das kann und aus so einer digitalen Analyse eines solchen Gewebes vorherzusagen, das entwickelt sich in die Richtung, das entwickelt sich in die Richtung, dann hat man auch jetzt schon zusätzliche Informationen zu denen, die der Pathologe hat und er kann das mitnutzen in seiner Diagnosestellung. Es gibt ja Kollegen von Ihnen, die sagen, dass das für die Chirurgie, also das, was im Operationssaal passiert, KI-Systeme tatsächlich so eine Art Quantensprung sind, dass die Chirurgie Riesenschritte macht, unterstützt durch die entsprechenden Systeme. Geht es da nur um die Messung? Da geht es ja noch um viel mehr, auch um Steuerung, um Angucken und Operationsroboter werden ja mehr und mehr für immer unterschiedlichere therapeutische Verfahren eingesetzt. Die dann Schnitte machen und Nähte setzen. Aber eben in Interaktion mit dem Chirurgen, der das dann entsprechend steuert. Frau Gina Mollner-Gabor befasst sich an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit Medizinrecht. Etwas, was mit Hilfe von KI-Systemen auf alle Fälle mal für die Mediziner extrem vereinfacht wird, ist, dass man mit ihrer Hilfe auch Publikationen, von denen es angeblich 6.000 am Tag gibt in der Welt, vorsortieren kann, zusammengefasst bekommt und das verdaubarer macht. Ist das etwas, was auch für Juristen interessant sein kann und vielleicht auch schon genutzt wird? Meinen Sie in der juristischen Forschung? In der juristischen Forschung, aber auch in der juristischen Praxis. Da sind es dann wahrscheinlich keine, logischerweise keine Forschungsartikel in naturwissenschaftlichen Publikationen, sondern eben beispielsweise Präzedenzfälle, Paragrafen, Dschungel, so? Es gibt viele Hinweise darauf, dass diese Technologien auch für die Juristerei und für die Rechtswissenschaft relevant bekommen werden. Legal Tech, verschiedene digitale Technologien, natürlich Aufbereitung von verschiedenen Informationen und natürlich eine gewisse Automatisierung vielleicht in der Verwaltung von Entscheidungen, wo man dies ja vorantreiben kann mit gutem Gewissen. Und natürlich auch ist es insbesondere spannend zu schauen, wie die zwischenmenschliche Interaktion in verschiedenen Gebieten dadurch sich ändert. Das ist genauso wichtig für juristische Kontexte als auch für medizinische Kontexte, wo es diese zwischenmenschliche, sozusagen autonome Wesen miteinander agieren und wie dies durch die Technologie beeinflusst wird. Sehen Sie denn juristische Probleme im Zusammenhang mit dem Eindringen von künstlicher Intelligenz in juristische, in medizinische, in eigentlich fast alle Bereiche des Lebens? Natürlich ist es eine Herausforderung, wenn man jetzt den medizinischen Kontext nimmt. Als Beispiel, man operiert und man basiert in der Interaktion auf einem geteilten Entscheidungsfindungsprozess zwischen Arzt und Patient, shared decision making, sagt man auch auf Englisch. Also jeder Akteur bringt sein Erfahrungswissen, der Patient, sein subjektives Wissen und der Arzt sein Wissen, fachliches Wissen in diesen Prozess, in diese Interaktion hinein. Und natürlich, der Einfluss seiner digitalen Technologie oder Anwendung kann diese ausbalanciertes Verhältnis ein bisschen ändern, verschieben, vielleicht eine Asymmetrie hervorrufen. Und das ist eine ganz große Frage, genauso in der Medizin wie in anderen Bereichen, wie man dann für das ausgewogene Verhältnis weiterhin sorgen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, aber das würde ich mir gerne für etwas später in der Diskussion noch aufheben, dass es auch Fragen des Haftungsrechts berührt. Komme ich darauf zurück, aber ich möchte erst noch Markus Lange in die Diskussion mit reinnehmen. Ihr Spezialgebiet an der Universität des Saarlandes ist die Arbeits- und Organisationspsychologie. Es gibt Schätzungen, dass potenziell ungefähr 20 Prozent ärztlicher Leistungen durch KI übernommen werden könnten. Stand heute könnte auch noch mehr werden. Die Optimisten unter uns Ihnen sagen, dass wir dadurch die beste Medizin bekommen, die wir je hatten. Teilen Sie diese Sichtweise? Also die Problematik ist ja die, dass es da verschiedene Performance-Faktoren natürlich gibt, die da irgendwie dazu beitragen, ob das jetzt eine positive Zukunft oder nicht so positiv wird. Zum Beispiel, was wir schon gehört haben, diese Interaktion zwischen Arzt und KI-System, Patient und KI-System. Am Ende läuft es darauf hinaus, wie reliabel funktioniert dieses KI-System, wie gut kann das Feuersagen machen, wie gut operiert das sozusagen und wie gut kann der Arzt sich auf dieses System verlassen, die Entscheidungen von dem System überprüfen sozusagen auch, vielleicht auch mal sagen, nee, ich glaube, das ist nicht das, was jetzt gemacht werden sollte. Also die Performance, die ist ja tatsächlich, die besteht ja dann aus Arzt, aus KI-Systemen und aus der Verbindung von Arzt und KI-Systemen. Und wie sich das entwickelt, da sind wir jetzt gerade halt in der sehr, sehr spannenden Phase, zuzugucken und zu sehen, okay, also Publikationen gibt es genug, die sagen, diese KI-Systeme können wirklich hochreliabel zum Beispiel Bilder auswerten. Aber wie wird das dann tatsächlich im Alltag genutzt? Und wird es tatsächlich auch in der medizinischen Praxis so umgesetzt, dass es dann eben zu der optimalen Versorgung kommt. Die an das optimale Glauben, die sagen, KI sollen Ärzte nicht ersetzen, sondern entlasten und die Ärzte hätten dann mehr Zeit für Gespräche, für Empathie, für Menschlichkeit. Eine Sichtweise, die sie teilen? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, wie man die Ausgestaltung am Ende in der Praxis macht. Das kann dazu führen. Das kann dazu führen, dass der Arzt tatsächlich am Ende irgendwie mehr Zeit hat, weil vielleicht im Vorhinein schon irgendwas gescreent wurde und der Arzt sich gar nicht mehr mit diesen alltäglichen Sachen abgeben muss, die vielleicht das KI-System reliabel übernehmen kann. Kann natürlich aber auch genauso dazu führen, dass diese freigewordene Zeit einfach weiter vollgestopft wird mit anderen Aufgaben, die man dann, die jetzt nicht dazu führt, dass dann der Arzt auf einmal zehn Minuten für jeden Patient hat, wie man es sich vielleicht wünschen würde, oder noch mehr Zeit. Also es ist immer eine Frage der Ausgestaltung in der Praxis. Ich möchte in den Raum werfen eine schwere Kritik an den Entwicklungen. Die ist ziemlich heftig, kommt von einem Arzt und Wissenschaftsjournalisten, Werner Bartens heißt er. Und er beklagt, dass es eine nahezu unkritische Euphorie über das, was möglich ist mit KI und der Ärzte, Funktionären und Politikern gibt. Blindes Vertrauen in Diagnosen mithilfe von KI hat enorme Nachteile. Das Ganze sei der größte Bluff, den man sich vorstellen könnte. Was folgen würde, seien veruntreute Daten und enttäuschte Patienten. So, das werfe ich Ihnen jetzt mal zum Fraß vor. Wer möchte sich daran jetzt abarbeiten hier in der Runde? Freiwillige vor. Herr Gröher, fangen Sie mal an. Gerne. Also ich verstehe den Kern der Kritik, aber ich teile, sagen wir mal, die große Konsequenz nicht. Was, glaube ich, stimmt ist, dass kein KI-System, insbesondere nicht die, die auf maschinellen Lernverfahren beruhen, die große Datenmengen verarbeiten, wie zum Beispiel in der Bilddiagnostik, dass die tatsächlich 100 Prozent richtige Entscheidungen treffen werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen so der Kern der Kritik. Das ist korrekt. Die interessante Frage ist aber natürlich, hilft das KI-System, bessere Entscheidungen zu treffen als bisher? Also sozusagen, ist das KI-System besser als der Arzt vorher? Und jetzt kann man natürlich auch nochmal schauen, welchen Arzt meine ich denn? Den Durchschnitt der Ärzte oder den besten Arzt? Oder den besten Arzt zusammen mit dem KI-System oder den Durchschnittsarzt mit dem KI-System? Und da gibt es doch sehr, sehr viele Indikatoren, die zeigen, dass wir die Gesamtperformance auf jeden Fall anheben können. Dass die Entscheidungen am Ende tatsächlich besser werden. Und da gibt es also auch schon Studien dazu in bestimmten Bereichen, die das zeigen. Trotzdem ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man an der Stelle nicht locker lässt, auch in der Forschung. Und die Erklärbarkeit der KI-Systeme gegenüber dem Arzt, gegenüber dem Patienten auch, das sind zwei unterschiedliche Fälle auch, die man berücksichtigen muss an der Stelle, dass die verbessert werden muss. Das ist ganz klar. Gerade Systeme, die auf dem maschinellen Lernverfahren beruhen, die neuronale Netze verwenden, haben da große Schwierigkeiten. Das ist nicht einfach, Systeme zu bauen, die tatsächlich eine gute Erklärung liefern, warum eine bestimmte Klassifikation in einem Bild, ein Tumor zum Beispiel, so gemacht wird und nicht anders. Und das ist natürlich etwas, was ein Arzt, auch ein Patient benötigt in der Situation. Herr Langer. Ja, also diesen Punkt, den möchte ich auch noch ganz deutlich hervorsteigen, auch von einer psychologischen Perspektive aus. Es ist einfach natürlich zentral zu wissen, warum hat dieses System jetzt eigentlich die Empfehlung gegeben, diese gegeben hat. Dieses Warum ist etwas, was tatsächlich heutzutage, ich glaube, in der Informatik so das goldene Ei wäre, wenn man das irgendwie lösen könnte. Tatsächlich, dass das System sich mehr oder weniger selber erklären kann. Es ist bisher nicht so richtig da. Es wird viel daran geforscht und ich glaube, das ist ein Riesenthema, warum eben die Akzeptanz vielleicht doch manchmal nicht so ganz gegeben ist. Weil ich teile jetzt nicht die Meinung, dass das total gehypt und jeder findet das richtig gut, weil ich kenne auch mehr als genug kritische Stimmen, die sagen, nee, also das ist ja gar nichts und was soll ich damit anfangen, wenn mir das System irgendwelche Zahlen ausgibt und mir gar nicht erklärt, was das jetzt bedeuten soll. Also es muss, diese Kontrollierbarkeit ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und Kontrollierbarkeit bekomme ich dadurch, dass es transparenter wird. Und die Transparenz bekomme ich durch diese Erklärbarkeit potenziell. Aber da ist halt noch viel an Forschung zu tätigen. Ich möchte zwei kleinere Anmerkungen zu dieser Diskussion machen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, verschiedene Fälle zu unterscheiden. Also dieses Verlangen nach Gründe geben und Gründe liefern wird sicherlich unterschiedlich sein, wenn KI dabei hilft, Termine für die Patienten besser zu organisieren und zu managen. Und wird sicherlich höher sein, wenn es darum geht, irgendeine Diagnose und daraus folgende Therapie, Schritte und Empfehlungen. Oder auch die Beendigung einer Therapie beispielsweise. Also die extreme Lebenssituationen zu bewältigen und zu managen. Also das Gründe geben wird sicherlich ein anderer sein und der Anspruch auch. Und der zweite Punkt ist, unabhängig vom Anwendungsfall kann man natürlich KI für Entscheidungsstützung, Entscheidungshilfe nutzen. Und trotzdem bleibt die letzte Entscheidung bei den menschlichen Akteuren zusammen. Und auch die Verantwortung schlussendlich. Ja. Oder aber übernimmt KI gewisse Schritte eigenständig und die Kontrolle wird zurückgefahren, sage ich vorsichtig. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, der mir jetzt spontan kommt, möchte ich in die Diskussion geben. Wir kennen nicht immer die Gründe für verschiedene medizinische Empfehlungen ganz genau. Also die Kausalität zum Beispiel bei gewissen Medikamentenwirkungen ist nicht immer vorhanden. Und ich denke, dass die Technologie vielleicht deshalb am meisten als destruktiv bezeichnet werden kann, weil man eben damit konfrontiert wird, dass die bisherigen Entscheidungen auch nicht unbedingt auf diesen starken kausalen Basis ruhen, wie wir das von der Maschine nun mal verlangen. Und diese Konfrontation ist etwas Neues und etwas Herausforderndes. Herr Papa. Die Arzt-Patient-Beziehung basiert ja auf Vertrauen. Und ich mache vieles, was mein Arzt mir rät, deswegen, weil ich das entsprechende persönliche Verhältnis zu ihm habe, ihn vielleicht länger kenne und das Gefühl habe, er wird mir den richtigen Rat geben. Und das ist natürlich bei einer KI so nicht möglich. Ich vertraue ja der Maschine nicht, die brechen, was ich weiß vielleicht rational, dass das stimmt. Und ich glaube, das geht auch in Richtung dieser Kritik, so ein bisschen die Angst. Jetzt übernimmt die Maschine, die künstliche Intelligenz das, was eigentlich der Arzt hat. Und ich kann das nicht einordnen, habe eine Unsicherheit, die ich beim Arzt zwar auch habe, aber durch die persönliche Vertrauenssituation ist es etwas anderes. Und deswegen glaube ich wirklich, das entscheidende, auch ein entscheidender Aspekt wird die Frage sein, übernimmt KI tatsächlich bestimmte Arztfunktionen, wo der Arzt dann nicht mehr dabei ist und sortiert? Oder wird sie eben primär tatsächlich als Unterstützung in dem Entscheidungsprozess mit dem Arzt gemeinsam genutzt, sodass Arzt, aber auch Patient, wie auch immer, verstehen, was die KI diagnostisch vorschlägt oder wie sie therapeutisch als OP-Roboter arbeitet und kann man dann gemeinsam mit dem Arzt des Vertrauens dann eine Entscheidung finden. Und ich glaube, das ist, was sehr entscheidend ist. Eine Sorge, die sich mit dem Eindringen, Auftreten von KI in der Medizin verbindet, ist auch etwas, was sich in den USA in einer Studie schon gezeigt hat, dass nämlich möglicherweise Algorithmen, die sind ja programmiert sozusagen und funktionieren dann nach dem Programm, das sie haben und dass das dazu führen kann, dass Menschen dunkler Hautfarbe in Krankenhäusern schlechter behandelt werden. Schwieriges Thema. Herr Nahm. Hier sind wir eigentlich an dem Kernthema von lernbasierten Systemen, von maschinellem Lernen anbelangt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dieser Kritikpunkt, den Sie am Anfang gebracht haben, der bezieht sich natürlich auf eine Begeisterung für eine Technologie, aber auch auf dem Fehlen von Information, Aufklärung und Gesprächen. Und wir wollen ja heute einen Teil dazu beitragen. Zu dieser Datenlage, wenn wir ein System anlernen, wir können auch einen Menschen anlernen, dann ist das Ergebnis nur so gut wie die Daten, die wir benutzen zum Lernen. Und diese Datenbasis ist eminent wichtig, gerade für dieses maschinelle Lernen und insbesondere die Qualität und die Quantität dieser Daten. Und zum Lernen benötigt man, wir sagen eine Grundwahrheit. Also wenn ein System klassifizieren soll zwischen krank und gesund, dann muss vorher jemand diese Annotation gemacht haben. Oder eben auch zwischen Hautfarbe unterscheiden. Ja, so. Und jetzt ist es ganz wichtig, krank und gesund für Wehenden. Das heißt, diese Datensätze müssen natürlich so breit und so groß wie möglich sein, dass kein Bias, dass keine Imbalance entsteht. Weder zwischen männlich und weiblich, noch zwischen alten Patienten, jungen Patienten, noch zwischen ethnischen Gruppen. Das heißt, diese Daten müssen ausbalanciert sein. Das ist ein großes Thema, ein großes Problem, dass das nicht oft zur Verfügung steht. Und im Wesentlichen sind ja diese Daten die Basis dieser lernfähigen Systeme. Und in diese Datenbasis geht das Fachwissen vieler Spezialisten ein und die Daten noch viel, viel von viel, viel mehr Patientinnen und Patienten, die diese Daten auch zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, wir sind als Entwickler dieser Systeme wesentlich davon abhängig von der Qualität und Quantität der Daten. Und aus meiner Sicht müsste die Akzeptanz so weit gehen, dass eine Datenspende als genauso wertvoll angesehen wird wie eine Blutspende. Also im Endeffekt ist das der Wert, den die Gemeinschaft beiträgt, dass diese Systeme zuverlässig und gut arbeiten. Sagt der Forscher und den Psychologen in der Runde, würde ich gerne auch auf einen anderen Punkt noch ansprechen. Eins ist ja klar, ein Algorithmus kann nicht die psychischen Faktoren mit einpreisen, der kann einen Befund liefern, aber kein Befinden. Und er kann das Individuelle, wie Krankheit auch wahrgenommen wird oder Gesundheit, wir hatten es da vorhin schon davon, auch nicht mit einpreisen. Also das zeigt doch auch ganz klar einen Bereich, den wir wahrscheinlich nie KI überlassen werden. Also in die Richtung, ich habe einen Arzt, der vielleicht so die Emotionen nach einer Diagnose auffängt und das wünsche ich mir doch schon auch irgendwie im Krankenhaus oder von meinem Arzt, dass da irgendwie was, auch eine gewisse menschliche Unterstützung da ist. Aktuell auf keinen Fall, aber da wird ja auch sehr viel daran geforscht. Also wir haben ja vorher davon gehört, dass wir über Intelligenz reden und wir reden über emotionale Intelligenz und genauso, wie wir über irgendwelche kognitiven Schlussfolgerungsfähigkeiten reden. Und Sie meinen, irgendwann machen das dann auch Systeme und keine Menschen mehr? Ich gehe zumindest davon aus, dass die Forschung das untersuchen wird. Wie gut das funktioniert, ist eine andere Frage. Also wir haben am Lehrstuhl ein Forschungsthema dazu, wo tatsächlich ein mobiler Begleiter eben so als, ja die Leute betreut, als Nachsorge, als verlängerter Arm des Therapeuten sozusagen agieren soll und wie man darauf reagiert. Das ist eine ganz andere Frage. Ist es jetzt gut, dass ich da immer irgendwie so einen gefühlten Kontakt zum Therapeuten habe, auch wenn es nicht wirklich der Therapeut ist? Oder ist es irgendwie, distanziert mich das von einem Therapeuten noch mehr, weil ich mir denke, ja jetzt wird mir irgendwie so ein kaltes System vorgesetzt. Selbst wenn es irgendwie nett designt ist und mich anlächelt und irgendwie meine Emotionen auf irgendeine Art und Weise erkennen kann, ist es das Gleiche? Wahrscheinlich nicht, aber es ist besser als gar keinen Kontakt. Das sind alles Forschungsfragen, die da aufkommen und die sehr wichtig sind, glaube ich. Und die Sie auch interessieren, Herr Krüger, schätze ich. Ja, also ich möchte an der Stelle nochmal vielleicht so eine zeitliche Perspektive geben. Die meisten KI-Wissenschaftler gehen eigentlich davon aus, dass wir in absehbarer Zeit so eine Kombination von vielfältigen, unterschiedlichen Fähigkeiten, die mit Intelligenz verknüpft sind, die wir eben gehört haben, die man häufig auch mit so einer Art generellen Intelligenz verbindet, die man benötigt als Arzt. Davon bin ich fest überzeugt, wenn man ein vollständiges Patientengespräch gut durchführen will, gerade in kritischen Situationen, dass wir da weit von entfernt sind, dass künstliche Systeme das leisten können. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist immer schwierig, so Prognosen in die Zukunft zu geben, aber ich würde sagen, da sind wir 40, 50 Jahre mindestens von entfernt. Was danach kommt, das ist immer schwer zu sagen. Als Wissenschaftler ist man da immer vorsichtig, zu sagen, das geht gar nicht oder so. Aber all das, was jetzt, sagen wir mal, in dieser Zeitspanne wichtig ist, wird sicherlich in der Medizin, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft in der Regel ein Zusammenspiel zwischen einem Experten und einem KI-System sein. Und insbesondere auch in der Medizin. Davon gehe ich fest aus. Vielleicht auch noch mal, Herr Pape, an jemanden gefragt, der im Klinikalltag steht. Das Verhältnis Patient-Arzt ist ja eins, was tatsächlich sehr auf Vertrauen beruht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Haltungen, wie sich das verändern kann, wenn mehr algorithmische Systeme, KI, tatsächlich auch in diesem Bereich eine Rolle spielen. Es kann dazu führen, dass ich meinem Arzt noch mehr vertraue, weil ich glaube, der hat ja jetzt auch noch die Unterstützung von datenverarbeitenden Systemen. Oder aber ich habe das Gefühl, da geht so ein Stück Menschlichkeit verloren, weil Entscheidungen dann doch sehr stark digitalisiert sind, nenne ich es jetzt mal. Das hängt ja davon ab, wie wir davon umgehen und wie vor allen Dingen jeder individuell Arzt damit umgeht. Und ich glaube und hoffe auch, dass die meisten Ärzte das eben tatsächlich als additives Mittel nutzen werden und entsprechend kommunizieren werden und ihre Entscheidungen quasi nicht auf die künstliche Intelligenz, ich sage mal, abschieben. Also ich wäre da schon eher optimistisch zu dem Punkt, den wir vorher hatten. Ich habe im Moment zumindest große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass gerade wenn es um wirklich kranke Patienten geht, die ich einordnen muss, die ich beraten muss, wo ich Entscheidungen treffen muss, dass ich das nicht tue, ohne diesen Patienten zu sehen, in gewisser Weise zu fühlen, ein Gefühl für den Patienten zu bekommen, für den Eindruck, für seine Art der Krankheitsbewältigung, des Umgangs, für, ich bin ja Kinderarzt, für seine Familie, Geschwister, Eltern, wie die damit umgehen. Und ich glaube, nur in so einem Setting, wo ich denjenigen wirklich sehe, kann ich eigentlich wirklich die richtige Entscheidung treffen. Und da muss ich eben die KI gut mit einbauen in diesen Prozessen, das entsprechend gut kommunizieren. Aber ich glaube, dann kann es auch gelingen, das so zu nutzen, dass der Patient sich tatsächlich besser und nicht schlechter behandelt fühlt. Und bewegen wir uns dann unter Umständen, Frage auch wieder in die Runde an alle, tatsächlich auf einen Zustand der Begegnung auf Augenhöhe von Arzt und Patient zu, in Klammern gesprochen. Der Informationsvorsprung, zumindest von Allgemeinärzten, ist in der letzten Zeit sicherlich erst einmal kleiner geworden. Man kann es googeln. Was dann immer dabei rauskommt, ist eine andere Geschichte. Aber der Patient hat natürlich heute ganz andere Möglichkeiten, schon jetzt sich zu informieren und eine Meinung, wie fundiert die dann auch immer ist, zu bilden und die dann auch dem Arzt sozusagen vorzusetzen, ihn damit zu konfrontieren und in einen Diskussionsprozess einzutreten. Nehmen KI immer mehr Raum, warum geht dieser Verlust des Informationsvorsprungs eigentlich wieder verloren? Denn der Patient verfügt natürlich nicht über diese Rechensysteme, die 200 Bilder in Millisekunden verarbeiten und ähnliches. Herr Nahm. Ja und nein. Also der Patient oder die Patientin verfügen natürlich nicht vor Ort bei sich über die Rechenleistung. Aber ich habe eine Uhr, die vorgibt, den ganzen Tag meine Pulsfrequenz zu überwachen und die mir sagt, wenn dein Herzrhythmus irgendwie komisch ausschaut, dann gebe ich dir eine Warnung und sage, geh zum Arzt. Dieses System ist im Hintergrund eine KI. Die sozusagen ist irgendwo in meinen Smart Devices und Mobile Devices drinnen. Da ist eine Cloud, da funktioniert das alles. Aber wenn wir sozusagen das Verhältnis KI und Patient betrachten, wir sehen ja, wir leben in einer Zeit, wo medizinische Information und Wissen quasi säkularisiert wird. Dr. Google ist ein Beispiel, wie sowas gehen kann, aber wahrscheinlich nicht das Beste. Denn reine Information, ohne sie zu verstehen, nützt nichts. Also letztendlich ist dazu auch eine Übersetzung, eine Angleichung von Sprache. Augenhöhe bedeutet, dass man miteinander reden kann. Und wenn KI dazu beiträgt, sozusagen die Brücke zwischen Arzt und Patient zu schlagen, indem sie beiden eine Möglichkeit gibt, besser zu kommunizieren, dann sind wir auf einem guten Weg, das Verhältnis zwischen Arzt und Patient positiv zu entwickeln. Ja, oder man könnte sogar sagen, der Arzt versteht auch nicht unbedingt, wie KI funktioniert. Und dann sind Arzt und Patient auf dem gleichen Niveau. Beide sind noch einmal unwissend dastehend. Ja, so einfach ist es nicht. Aber ich denke, dass man KI tatsächlich dafür auch nutzen kann, gewisse autonomiebedingte Handlungen für den Patienten erst zu ermöglichen. In dem Sinne, dass man diese digitale Technologie und Geräte dafür nutzt, dass man einfach operationalisiert verschiedene Entscheidungsschritte, auch eigenständiger, aber auch mit einem besseren Verständnis umsetzen kann, für sich selbst als Patient in der Kontrolle oder in der Nutzung von verschiedenen Geräten. Also diese operationalisierte Herangehensweise, diese Aufgliederung, Auffächerung von Entscheidungsprozessen, glaube ich, letztendlich ist eine Ermächtigung für den Patienten, wenn man es richtig macht und keine Entmündigung. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Diesmal aufgezeichnet bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Volkswagen Stiftung, beim Herrenhäuser Forum in Hannover. Wir diskutieren über künstliche Intelligenz in der Medizin mit Markus Langer, Arbeits- und Organisationspsychologe, dem Mediziner Lars Pape, der Expertin für Medienrecht, Frugina Molnar-Gabor, dem Fachmann für Biomedizinische Technik, Werner Nahm und dem Forscher in Sachen KI, Antonio Krüger. Ich möchte noch mal bei Ihnen einen Moment bleiben, Frau Molnar-Gabor. Es knüpfen sich ja an die Entwicklungen, die wir natürlich in Rahn in einer solchen Sendung nur anreißen können, auch eine Menge ethische Fragen, wo Sie dann juristische auch berühren. Der Ethikrat der Deutschen hat sich mit dem Thema befasst, hat auch einige Empfehlungen gegeben. Zum Beispiel, Roboter dürfen nicht zwischenmenschliche Beziehungen ersetzen. Es darf nicht so sein, dass soziale und emotionale Bedürfnisse von Patienten überwiegend durch Roboter befriedigt werden. Und es darf vor allen Dingen nicht in anderen Bereichen Geld eingespart werden, um die Auf- und Umrüstung mit KI zu finanzieren. Ein Stichwort ist mir in dem Zusammenhang besonders wichtig, und darüber sollten wir noch einen Moment sprechen, Verantwortung. Denn auch das sagt der Ethikrat. Die Verantwortung für all das, was ein System, eine Maschine, ein Algorithmus, wie auch immer, tut und lässt, muss beim Menschen leben. Aber bei welchen Menschen? Das ist eine sehr gute und sehr große und komplexe Frage, weil bei KI-Anwendungen sind verschiedene Akteure und verschiedene Menschen vernetzt, mit in der Gestaltung involviert. Und daher sind natürlich die verschiedenen Schritte, Entwicklungen, Anwendungen verteilt zwischen diesen Akteuren. Und es ist häufig nicht einfach herauszufinden, wer für welchen Schritt tatsächlich gegebenenfalls mit einem Fehler versehen dann letztendlich zuständig war. Und diese Zuordnung von verschiedenen Verantwortlichkeiten, natürlich muss dann letztendlich auch begrifflich, wenn man dann über Haftung diskutiert, von anderen wie Verschulden oder Verursachen, ja die drei Vs, Verantwortung, Verschulden, Verursachen getrennt werden. Und ich denke, dass hier auch eine gewisse Auffächerung, Operationalisierung Genaues hineinschauen, wo sind die Schritte in der Entwicklung, wo sind die möglichen Fehlerquellen, in welchen Risikobereichen fallen diese Fehlerquellen und wem wollen wir diese Risiken, diese Sphären zuordnen, entscheidend ist. Also ohne eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, wer ist eigentlich für welchen Bereich zuständig, geht es nicht. Und wie macht man das mit einem Algorithmus? Und die Frage geht dann gerne auch an die anderen hier in der Runde. Wenn der nicht funktioniert und zum Beispiel eine Fehldiagnose stellt, die letzte Entscheidung darüber, als Diagnose es in den Raum zu stellen, hat ein Arzt. Aber er fällt seine Entscheidung ja möglicherweise aufgrund eines fehlerhaften Algorithmus. Wer ist jetzt verantwortlich? Der Arzt, der dann Kunstfehler macht, weil er falsche Grundlage hatte? Oder der Programmierer, der diesen Algorithmus erstellt hat? Oder das Krankenhaus als Besitzer des Systems? Oder wer ist verantwortlich? Herr Nahm, gern. Also im Medizinproduktegesetz oder Recht ist der Hersteller verantwortlich für die Funktionsfähigkeit seines Gerätes. Und das ist auch heute noch so der Fall. Und das bringt den Hersteller und den Entwickler natürlich in eine schwierige Situation, wenn wir jetzt insbesondere mit solchen lernbasierten Systemen arbeiten. Denn dieses System kann einen Fehler machen, obwohl der Programmierer richtig programmiert hat, weil es falsch angelernt wurde. Und dann? So, und dann haben wir ein Problem. Aber rein rechtlich gesehen haftete Hersteller für die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Software ist auch ein Medizinprodukt, ist Teil dieser Regularien und wird heute nicht anders betrachtet. Muss zertifiziert werden. Aber was ist zum Beispiel mit selbstlernenden Systemen? Da müsste man ja dann im Grunde genommen jeden Lernschritt nicht nur nachvollziehen können, sondern auch neu zertifizieren lassen. Das ist richtig. Wir haben noch keine Systeme im Markt, jedenfalls nicht, dass ich das wüsste, die weiterlernen, wenn sie im Markt sind, sondern die werden eingefroren und werden in dem Zustand, in dem sie getestet, geprüft, validiert, wurden zugelassen. Die Systeme bieten die Möglichkeit, tatsächlich weiterzulernen. Das ist noch eine Grauzone, die noch Diskussionsbedarf hat und Regulationsbedarf hat. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil man wirklich unterscheiden muss zwischen den Systemen, die ausgelernt eingesetzt werden. Das heißt, die werden vortrainiert und so weiter. Da kann man anhand von Testdaten natürlich ein gewisses Verhalten überprüfen, zertifizieren sozusagen und dann kommen die in den Einsatz. Und solche Systeme, die selber weiterlernen, die natürlich auch große Vorteile bieten, weil die sich anpassen können, die können sich individualisieren auf einzelne Patienten über eine längere Lebenszeit hinweg auch, wo tatsächlich großes Potenzial da ist. Aber entziehen sich im Zweifel auch der Kontrolle? Also zumindest mal nicht vorab, ja, das ist schwierig. Ich denke, worauf es hinausläuft, allgemein auch in der Medizin an anderen Stellen, wenn wir zum Beispiel an personalisierte Medizin denken, an Medikamente, die nur bei einer Person wirken, wo sie die gängigen Verfahren, die wir im Moment haben, indem sie große Versuchsreihen machen, ja, mit tausenden von Versuchspersonen, wie jetzt zum Beispiel bei der Suche nach dem Impfstoff, wo überprüft wird, ob tatsächlich ein Medikament wirksam ist. Das heißt, das wird dann viel, viel schwieriger. Das ist bei den KI-Systemen im Prinzip so ähnlich. Da werden wir vermutlich mehr zu einer Prozessakkreditierung kommen, Prozess, ein Prozess testen im Prinzip. Wir überprüfen, ob die Verfahren, so wie sie entworfen wurden, vermutlich später dann zu einem Erfolg kommen. Das wird nicht eine hundertprozentige Sicherheit sein. Das ist natürlich etwas, womit die Gesellschaft dann umgehen muss. Und das erfordert einen breiteren Diskurs an der Stelle. Herr Pape. Ich verstehe zwar, was Sie mit dem Medizinproduktgesetz sagen, aber wenn ich als Arzt ein solches System einsetze, das eine Diagnose liefert, die ich jetzt nutze und das den Patienten eine Operation zumute oder im schlimmsten Fall der Patient dadurch schwer erkrankt oder ich seine Erkrankung nicht heilen kann, dann würde ich, glaube ich, schon bei mir primär eine persönliche Verantwortung sehen, dass ich den Patienten aufgrund dieser Diagnose falsch behandelt habe, auch wenn das Medizinprodukt funktionieren muss und das juristisch vielleicht irgendwie, das würde ich als meine persönliche Verantwortung sehen, mich fragen, habe ich das richtige KI-System genutzt? Habe ich es richtig eingesetzt? Hätte ich vielleicht das mit der anderen Software, die anders trainiert werden, sein muss? Also ich glaube, das ist eine sehr komplizierte Frage, wer die Verantwortung trägt oder wer sie zumindest dann auch fühlt. Ja, und wie man einfach die Maßstäbe dafür setzt, weil wenn man enger hinschaut, im Arzthaftungsrecht zählt natürlich der medizinische Standard, was als Orientierung dient. Und man kann natürlich fragen, was ist denn der Standard, setzt sich aus drei verschiedenen Punkten zusammen. Es ist einmal der wissenschaftliche Stand, einmal aber auch die Erfahrung, die die Ärzteschaft mitbringt und einmal auch Konsens, worüber sind wir uns eigentlich einig. Und alle drei zählen, nicht nur der wissenschaftliche, eng genommene, wenn man so will, naturwissenschaftliche Standard, sondern auch diese Reaktion in der Praxis, in der Erfahrung darauf. Und natürlich, wenn man ein nicht kontrolliertes System, also ein Open System in der medizinischen Versorgung einsetzt, dann kann man dieser Standard, was jetzt sich wissenschaftlich, naturwissenschaftlich definiert, sehr schwer sozusagen setzen und definieren und einen Halt ziehen, weil das dann unkontrolliert weiterläuft. Und man hat gar nicht diese Reaktionszeit, was man normalerweise, um den Standard jetzt eng juristisch genommen herauszubilden, braucht. Das nur als kleine Ergänzung. Ja, was Herr Pape da zwischendurch gesagt hat, mit auch der gefühlten Verantwortung, fand ich nochmal sehr interessant, weil je undurchsichtiger eigentlich so ein System ist, je weniger ich weiß, was es eigentlich genau macht und je weniger ich auch trainiert bin wahrscheinlich als Mediziner, dieses System zu nutzen, desto mehr wird vielleicht auch der Punkt kommen, wo ich sage, bin ich da jetzt für verantwortlich? Ich fühle mich jetzt nicht so richtig für verantwortlich. Ich habe einfach nur eigentlich das gemacht, im besten Wissen und Gewissen, was das System irgendwie mir empfohlen hat, ist dann doch jetzt wieder derjenige, der dahinter sitzt, der das System entwickelt hat, teilverantwortlich zumindest. Also es ist auch so eine gefühlte Entfernung und was ich vorher schon gesagt habe, diese Kontrollierbarkeit, die natürlich dadurch, dass das System je undurchsichtiges wird, je weniger Erfahrungen die Menschen damit haben, je weniger sie trainiert sind, solche Dinge zu nutzen, das macht das Ganze nochmal ein bisschen, das hebt es noch auf die gefühlte Verantwortung und nicht nur auf die wirklich rechtliche Verantwortung. Wer ist jetzt da irgendwie derjenige da? Ein Bereich, wo zum Einsatz kommen, was sich Laien wie ich schlechterdings unter künstlicher Intelligenz vorgestellt hätten, wenn man sich nicht damit ein bisschen befasst hat, sind humanoide Roboter, also die kleinen Metallkerlchen, die gehen können, die Glubschaugen haben, die Handreichungen machen können, die kommunizieren können, die sogar tanzen und Fußball spielen können und was es nicht alles gibt. In der Pflege, vielleicht noch nicht in Deutschland, aber in Europa immerhin sind auch schon verkauft worden 12.000 Exemplare eines solchen Kerlchens. In der Pflege hat so etwas eine große Zukunft? Fragezeichen und ist das eine gute Zukunft und ist das im Sinne der Patienten oder geht es dann eher darum, den Pflegenotstand kostengünstig zu beheben, denn es fehlen zurzeit 25.000 bis 30.000 Pflegekräfte in Deutschland. Wie stehen Sie zu dem Einsatz solcher Formen von künstlicher Intelligenz? Das ist natürlich schon eine wichtige Frage in der Pflege. Ich glaube, dass KI in der Pflege vor allen Dingen hinter den Kulissen am meisten wirken kann. Also dadurch, dass sie Pflegekräfte von den ganzen Verwaltungsaufgaben, die im Moment ähnlich wie auch in der Medizin natürlich, Pflegekräfte neben der Interaktion mit den zu Pflegenden tatsächlich durchführen müssen halt. Also Pläne aufstellen, dokumentieren, Verwaltungsvorgänge und so weiter. Ich glaube, das ist die erste Bemerkung dazu. Das hat jetzt nichts mit den Klubschaugen zu tun. Aber die gibt es ja auch schon, ne? Genau. Und die sind vor den Kulissen. So ist es. Bei den Systemen, KI-Systemen, robotischen Systemen, die man einsetzt, muss man auch wieder unterscheiden zwischen solchen, die unterstützen. Also zum Beispiel bei bestimmten Vorgängen, die große Kraft erfordern, um Betten, aus dem Bett helfen und so weiter. Ich glaube, die sind relativ unkritisch. Da ist auch gar nicht so viel KI häufig im Einsatz. Bei Systemen, die tatsächlich direkt Pflegeaufgaben übernehmen, glaube ich, sind wir noch ganz am Anfang. Ich wäre aber vorsichtig, die völlig abzuschreiben, weil es doch sehr auch darauf ankommt, auf den individuellen zu Pflegenden, wie er die Situation wahrnimmt. Ich sage immer, vielen Leuten ist es lieber, sie werden von einem neutralen, robotischen System gepflegt, als von einem schlechten Pfleger, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Also das sollte man sich einfach mal so durch den Kopf gehen lassen. Klar, jeder möchte am liebsten mit großer zwischenmenschlicher Nähe gepflegt werden. Das ist völlig klar. Aber häufig sind die Situationen doch auch ein bisschen anders, dass es da schwierige Situationen gibt. Da kann es sein, dass in einer, sagen wir mal, mittel- bis eher ferneren Zukunft, dass tatsächlich solche Systeme gegebenenfalls zum Einsatz kommen. Dann gibt es andere kleine Sparten, wie zum Beispiel Systeme, die bei Demenzpatienten eingesetzt werden und so weiter. Aber das ist, glaube ich, da denke ich mal, können die auch unterstützen, solche Systeme. Aber tatsächlich den menschlichen Pfleger ersetzen am Ende, das ist auch etwas, wo ich sagen würde, das liegt relativ weit in der Zukunft. Aber es könnte da liegen. Wie wäre es bei Ihnen im Krankenhaus, Herr Pape? Dann schon eher solche sozialen Roboter wie die Robbe, die weiße, nette, die so eher die Funktion eines Haustiers wahrscheinlich übernehmen kann zum Kuscheln, wird hauptsächlich, die existiert schon, wird auch verkauft, ist auch nicht billig, das Teil, wird hauptsächlich bisher bei Demenzkranken eingesetzt. Aber für Kinder wäre das doch auch was. Auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es ja schon durchaus Kuscheltiere, die vieles machen, mit denen man sich gut beschäftigen kann, die Kinder auch gerne nutzen. Also ich glaube, im Krankenhaus, in der Krankenpflege wird es auch eher unterstützende Robotik sein als ersetzende Robotik. Ich finde es eher tatsächlich, in der Altenpflege ist ja die Frage, wie gut können wir langfristig die Situation, die wir gerne alle hätten mit der liebenden Altenpflegerin oder der Empathischen, die ganz viel Zeit für mich hat, können wir das erreichen? Wie viele Menschen müssen wir aus dem Ausland nach Deutschland holen, um das machen zu können? Wie viele gibt es bei uns überhaupt? Lieber Roboter? Lieber ist die Frage. Lieber als keine gute Pflege. Das ist ja auch das, was Sie eben schon angeschaut haben. Genau. Und ein wichtiger Punkt ist, dass solche Systeme natürlich auch helfen können, die Pflege mehr im häuslichen Bereich durchzuführen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute, wenn die die Wahl haben zwischen häuslicher Pflege und Pflege in einem Pflegeheim, entscheiden sich doch immer lieber für die häusliche Pflege. Und da ist man vielleicht auch bereit, gewisse Kompromisse dann einzugehen. Das wird man sehen. Also deswegen würde ich auch sagen, man sollte das Thema nicht einfach so beiseite schieben, obwohl der Impuls natürlich da ist. Den verstehe ich auch. Aber es ist sehr facettenreich, die Thematik. Und wie groß sehen Sie die Gefahr, an alle gesprochen, wie groß sehen Sie die Gefahr, dass es eben tatsächlich dann doch eher um ökonomische Aspekte geht und nicht um das Wohl des Patienten? Also wenn ich mir da so einen Pepper oder Robby, wie er auf Deutsch heißt, hinstelle, so einen kleinen 1,20 Meter hohen Roboter, der einige Aufgaben übernehmen kann, da muss ich einmal ein paar Tausend Dollar oder Euro investieren und dann ist Ruhe. Stelle ich eine Pflegekraft ein, da muss die vorher ausgebildet sein, dann ist die mal gefrustet, dann will die auch noch pausen und Urlaub und all so ein Quark. Das heißt, wie groß ist die Gefahr, dass man tatsächlich auf diese Systeme zurückgreift, weil sie bequemer sind, weil sie billiger sind letztendlich, weil sie praktischer sind und dann eben doch der menschliche Faktor über den Jordan geht? Herr Nahm. Ich meine, wir dürfen uns selbst oder auch Patientinnen und Patienten nicht unterschätzen. Worüber wir hier reden, ist die Verpackung. Die Verpackung von etwas, das zu einem bestimmten Zweck entwickelt und konstruiert und programmiert wurde. Die Verpackung, ob die jetzt, sagen wir mal, human, humanoid aussieht oder wie Tiere daherkommt, ist ein emotionaler Aspekt, von dem ich doch meine, dass die meisten Menschen das tatsächlich auch sehen und verstehen, dass das eine Verpackung einer Maschine ist. Und ich denke, die Mündigkeit der Patientinnen und Patienten spielt doch hier eine ganz große Rolle. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das ist genau das. Was ist uns lieber in einer Auswahlsituation? Und ich sehe es nicht so, als dass das überstülpbar ist. Wenn die Akzeptanz für so ein System nicht da ist, wird es nicht funktionieren. Und viel in der Medizin und auch in der Medizintechnik funktioniert nur über Akzeptanz. Ich war in einem Unternehmen, das Medizinprodukte entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Und Medizinprodukte, das weiß ich, scheitern unter Umständen an der Akzeptanz des Pflegepersonals in einer Klinik, weil die sagen, das Ding, damit kann ich nicht umgehen, das gefällt mir nicht. Da kann ein Arzt, ein Klinikleiter sagen, was er möchte. Wenn die Mitarbeiter das Ding nicht haben wollen, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, die Hersteller und die Inverkehrbringer dieser Systeme, die müssen auf Akzeptanz achten. Und ich glaube, das ist das Thema, worüber wir uns unterhalten müssen. Sind wir in der Zukunft bereit, so etwas zu akzeptieren? In der Corona-Krise hat die Digitalisierung in Deutschland einen ordentlichen Schub gemacht. Es gibt eine Bertelsmann-Studie, die da ein bisschen Wasser in den Wein kippt. Und was die Digitalisierung angeht, sind wir bei 17 untersuchten Ländern auf Platz 16 in Deutschland. Also da ist noch einiges an Nachholbedarf. Was sehr stark zugenommen hat, auch wegen der Krise, sind Videopatientengespräche. Die haben sich vertausendfacht, sagen die von der Bundesärztekammer. Und das ist auch gut so. Also bekommen wir da neues Handwerkszeug, um eben auch Menschen in Regionen, die es auch in Deutschland gibt, die unterversorgt sind, mit Ärzten zu erreichen. Und dann koppeln wir das Ganze mit Vordiagnose, Apps und ähnlichen, die dann möglicherweise wieder mit KI funktionieren und die dann Diagnose, Ferndiagnose erleichtern. Aber ist das eine gute Entwicklung, wenn wir mehr in Richtung Ferndiagnose, mehr in Richtung Videosprechstunde gehen? Herr Langer. Also ich würde mal behaupten, es ist sicherlich nicht verkehrt, sowas am Anfang zu schalten und zu sagen, die Option gibt es, dass wir solche Arten von Online-Diagnosen, Online-Erstgespräche in der Psychotherapie zum Beispiel zu haben, finde ich eine richtig gute Entwicklung, ehrlich gesagt. Das Problem daran kann natürlich sowas wieder, da sind wir da beim Akzeptanzproblem, Videokonferenzen sind jetzt nicht unbedingt das, was die Menschen am liebst machen, weil es eben die soziale Präsenz wird dadurch reduziert. Ich bin nicht mit demjenigen in einem Raum, dann kommen vielleicht noch technische Probleme dazu. Das ist in jedem Bereich ähnlich. Ich meine, wahrscheinlich viele Leute haben jetzt ganz viel Zoom und was der Geil was gemacht in den letzten Monaten. Es ist halt einfach was anderes und da wird es halt wieder die Problematik geben für eine dauerhafte Lösung. Es ist sicherlich so ein Online, also wenn ich jetzt eine Psychotherapie dauerhaft über Video machen müsste, ich glaube, das wird an Akzeptanz dann scheitern und wahrscheinlich sogar an Effektivität. Also wahrscheinlich wird am Ende eine Psychotherapie nicht so effektiv sein, wenn ich sie über Remote mache, als wenn ich sie in Person mache. Also wie gesagt, ich bin voll pro und ich finde es eine gute Entwicklung, dass es ermöglicht wird, immer untergegeben der Privatsphäre und Datensicherheit, aber für eine unendliche, für alles wird es wahrscheinlich einfach nicht akzeptiert sein. Das ist richtig. Ich habe jetzt zwar kein Beispiel aus persönlicher Erfahrung, wo ich so eine Videosprechstunde erlebt hätte, aber der Vergleich hinkt total, aber aus der digitalen Lehre merke ich, auch wenn ich da hinter meiner Kamera stehe oder sitze und denke, ich sage das Gleiche, was ich live bei einer Präsenzveranstaltung sagen würde, oder merke ich am Ende, dass irgendwas fehlt, diese Metakommunikative, womit man ohne Inhalt eigentlich so viel vermitteln kann. Und das war mir vorher nicht bewusst. Und der Vergleich hinkt, weil natürlich eine digitale Lehrsituation ist, keine existenzielle Arzt-Patienten-medizinischen Kontext oder Situation. Aber wenn man das in so einem kleinen und wirklich naiven Bereich so stark merkt, dann stelle ich mir vor, dass es noch einmal im medizinischen Kontext wirklich eine andere Relevanz, eine andere Bedeutung erlangt. Und was man aus all den Patientenstudien heraus filtern kann, ist immer der Wunsch, ja, wir freuen uns, das ist sicherlich praktisch, terminlich, Infektionsgefahr sinkt, ich sitze nicht stundenlang in der Praxis rum, ländliche Gebiete können natürlich besser angeknüpft werden, aber ich möchte als Patient oder Patienten eine Alternative haben. Ich möchte entscheiden, ob ich hingehe oder ob ich dann mit der Kamera kommuniziere. Und natürlich hängen noch wahnsinnig viele andere Fragen, Datenschutz, Telematik, Infrastruktur, dass das alles richtig läuft und einwandfrei funktioniert, was nicht KI-spezifisch ist, sondern einfach systematisch. Und das bringt mich zu dem, was Herr Krüger vorhin gesagt hat, besser einen netten Roboter als eine schlecht gelaunte Pflegerin. Und man könnte natürlich auch sagen, was die Versorgung in dünner besiedelten Gebieten und im ländlichen Raum eingeht, besser eine funktionierende Videoarztpraxis als überhaupt keine Möglichkeit, Kontakt zu haben. Aber es entlastet natürlich auch die Gesellschaft oder auch den Ärztestand, wenn man so will, ein Stück weit von der Verantwortung, alle Menschen die Chance zu geben, einen Arzt zu konsultieren. Weil man kann ja dann darauf verweisen zu sagen, schalt doch dein Video an. Ich stimme dem zu. Und der Vergleich mit der Vorlesung ist gar nicht so schlecht. Ich bin seit Monaten das erste Mal wieder in einem Hörsaal und ich genieße es. Weil ich kann in ihre Gesichter schauen und ich merke etwas. Und das vermisse ich seit Monaten am Bildschirm. Es ist tatsächlich so, man kann es an sich selber erleben. Die Brücke zu überbrücken, Distanzen, zeitliche und örtliche Distanzen zu überbrücken, mit Hilfe von Technik, mit Hilfe von Automatisierung und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ist eine Chance, die uns helfen kann, diese Lücke zu füllen. Ich möchte eben aber auch nur sagen, und das auch aus eigenem Interesse, ich möchte aber nicht, dass es umgedreht wird. Also ein Beispiel, in Amerika werden ausländische Studenten nach Hause geschickt, weil gesagt wird, ihr könnt das ja auch übers Internet sehen. Also wenn es dazu führt, dass der Mangel institutionalisiert wird, indem man einfach sagt, man hat doch eine tolle Methode, um das jetzt online zu machen, dann halte ich das persönlich als betroffener Patient für nicht gut. Also das würde ich nicht akzeptieren. Also von daher glaube ich, die Technologie an sich ist nicht gut oder schlecht. Es ist die Frage, mit welcher Intention geht man an solche strukturellen Veränderungen ran, von denen wir ja reden, dass die großen medizinischen Zentren, die werden immer zentraler, immer zentrierter, da ist auch die tolle Technik und das Land verweist, weil es kaum mehr Ärzte gibt. Und jetzt muss man sagen, jetzt kann man dieses Problem versuchen mit Technologie zu lösen und mit virtuellen Sprechstunden und mit Apps, die einem schon mal vorsortieren, was man hat oder nicht und künstlich intelligent sind. Aber an die Wurzel geht das nicht und deswegen würde ich auch sagen, die Technologie ja, aber man muss schon auch drüber nachdenken, warum. Wir können über Chancen und Risiken, die sich für die Medizin im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zeigen, nicht aufhören zu diskutieren, ohne das Stichwort Datensicherheit angesprochen zu haben. Was machen wir mit all den Daten? Was machen Sie zum Beispiel in Ihrem Krankenhaus auch mit den Daten, die gewonnen werden? Und es werden ja immer mehr und immer mehr. Arbeiten wir mit den großen Fischen in der Datenbranche zusammen, mit Google und Co.? Wird Alexa, die Stimme, der Sprachassistent irgendwann Rezepte ausstellen und gleich an die nächste Apotheke weitergeben, dass das dann ausgegeben wird und zurechtliegt? Also die Frage ist wirklich, stützen wir uns, stützen Sie sich auf die Expertise, die ohne Zweifel bei den großen Internetplattformen da ist? Oder, kostengünstig sicherlich nicht, eher teuer und schwierig, bauen wir unsere eigenen Systeme auf? Herr Pape? Also die jetzt, ich weiß nicht, was eine gute Frage an den Arzt ist. Also Datensicherheit muss irgendwie... Sie müssen mit Ihren Daten ja... Die muss über allem stehen, das, was wir an Projekten machen. Also da haben wir unendlich lange Datenschutzkonzepte, die von entsprechenden Menschen, die sich da sehr viel besser mit auskennen als ich, entwickelt haben. Da steht der Server in Braunschweig und nicht in Mountain View. Und da wird sehr, sehr genau, also nach meinem Eindruck, aber nochmal da, ich bin kein Experte, sehr, sehr genau hingeguckt, was mit den Daten passiert, wie das mit den Daten passiert. Aber ich sehe die Dinge auch schon problematisch, wenn Apple, Google oder wie auch immer Sachen entwickeln. Wie können wir die dann in Deutschland nutzen, wenn es über deren Server, Computer geht? Wie können wir da Datensicherheit gewährleisten? Ich glaube, das ist noch nicht so in Deutschland, dass man das tut. Aber dazu braucht es wahrscheinlich Konzepte. Aber vielleicht ist da doch der eine oder andere kompetente. Ja, also die gute Nachricht an der Stelle ist, dass tatsächlich die KI-Verfahren selber, des maschinellen Lernens, das ist jetzt nichts, was jetzt nur bei Google, Amazon und Co. funktioniert, sondern das Geheimnis, weswegen diese amerikanischen Unternehmen in bestimmten Bereichen so erfolgreich sind, ist einfach, dass sie die Daten haben. Jetzt ist es so, bei den Gesundheitsdaten sind wir in Deutschland theoretisch gar nicht schlecht aufgestellt. Also wir haben eigentlich sehr, sehr viele Daten. Das Problem in Deutschland ist mehr, dass diese Datenlandschaft sehr heterogen ist und dass ganz viele unterschiedliche Regularien auch existieren, die es erstmal verhindern, dass die Dinge zu einem größeren Ganzen zusammengefügt werden. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wichtig ist. Es ist klar, Datenschutzgrundverordnung muss berücksichtigt werden an der Stelle. Da bin ich auch ein großer Befürworter. Und wird auch bei der elektronischen Patientenakte, die im nächsten Jahr kommt, sehr hoch gehalten? Ja, trotzdem müssen wir auch, damit eben die Sachen nicht abwandern, damit die Leute nicht ihre Privatdaten, die von Apps, von Uhren und so weiter und intelligenter Kleidung kommen werden, dass diese Daten, dass wir verhindern müssen, dass diese Daten tatsächlich in die amerikanische, chinesische oder irgendeine andere Cloud wandert, wo sie dann tatsächlich mit großer Begeisterung bearbeitet werden und dann auch zu wahrscheinlich guten Systemen führen werden, sondern dass wir diese Systeme hier in Europa, sage ich mal, Deutschland, Europa tatsächlich entwickeln. Und dazu müssen wir diese Datengrundlage herstellen, den einfacheren Zugang zu diesen Daten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ich denke, das ist gewisse Entwicklung in letzter Zeit, sowohl was Daten per se betrifft, aber auch was die Infrastruktur betrifft, gibt. Also Sie haben das Patientendatenschutz und elektronische Patientenakte erwähnt, wo der Patient selbst entscheiden kann, ob er Gesundheitsdaten hochlädt und wem er freigibt. Forschungsdatenzentrum im Sozialgesetzbuch, nationale Dateninfrastruktur läuft gerade an. Also ich denke, dass die Entwicklung durchaus positiv zu bewerten ist. Dann würde ich zum Schluss gerne dieser Diskussion von Ihnen allen einmal durch gerne in ganz wenigen Worten wissen, ist Deutschland im Zusammenhang mit der Entwicklung von algorithmischen Systemen, von künstlicher Intelligenz auf einem guten, wichtigen, richtigen Weg? Fange ich mal an. Also ich denke, wir haben eine große Chance in Deutschland, tatsächlich im Gesundheitssektor mit KI-Verfahren bedeutende Systeme zu entwickeln. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir eine sehr gute Ausgangslage haben. Wenn wir tatsächlich es schaffen, diese Datenproblematik, sage ich mal, in den Griff zu bekommen, und dass wir tatsächlich entsprechend genügend Daten haben, um diese Systeme anzutrainieren. Ich würde auch eher glauben, wir sind auf einem guten Weg und so ein bisschen zu dem Kommentar verwenden. Ich glaube, wir denken auch gut darüber nach, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen, was wir tun sollten. Wir sind vielleicht nicht diejenigen, die am schnellsten dabei sind. Und wir müssen sicherlich in den Dingen auch nicht zu national, sondern zumindest auch europäisch denken. Aber ich glaube, dann können wir viel erreichen. Ich denke auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich denke auch, dass man nationale und europäische Perspektiven sehr eng zusammen denken soll. Und vielleicht ein zweiter Punkt ist, dass selbst das Recht auch die Datenschutzgrundverordnung viele Tools und Instrumente bereithält, die für die Verarbeitung genutzt werden können und die bisher nicht genutzt wurden als regulatorische, als gestaltende Instrumente. Und die könnte man sich nochmal anschauen und vielleicht gut nutzen. Ich bin auch kein Freund von Regionalismus, Protektionismus. Ich würde zum Thema Daten eher unterscheiden, welches Geschäftsmodell steht dahinter. Und wenn wir es in Deutschland, in Europa schaffen, ein alternatives Modell aufzubauen, ich sage treuhändische Verwaltung von Daten, anstatt profitable Geschäftsmodelle dahinter zu setzen, dann müssen wir nicht die Ersten sein, denn wir müssen nicht alle Fehler machen, die anderen machen, sondern da haben wir wirklich eine Chance, was dagegen zu setzen, gegen diese Problematik mit der Datensicherheit. Ich will erstmal allen zustimmen und noch dazu sagen, dass es halt ein großes Thema sein wird, wie der Diskurs in der Öffentlichkeit geführt wird und wie der Einzelne mitgenommen wird, weil auch da wird es wieder um ein Akzeptanzthema gehen, genau wie bei der Corona-Warn-App. Wenn ich jetzt die elektronische Patientenakte habe und niemand seine Daten hochlädt, weil jeder denkt, oh, das fließt irgendwo hin, dann sind wir auf einem nicht guten Weg und es geht um die Kommunikation wieder. Ja, damit sind wir am Ende dieser Diskussion über künstliche Intelligenz in der Medizin und den Wandel des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient. Wir haben diese Diskussion aufgezeichnet bei einer Veranstaltung zusammen mit der Volkswagen Stiftung beim Herrenhäuser Forum. Es diskutierten der Arbeits- und Organisationspsychologe Dr. Markus Langer, der Mediziner Prof. Lars Pape, die Expertin für Medizinrecht Dr. Frugina Molnar-Gabor, der Fachmann für Biomedizinische Technik Prof. Werner Nahm und der Forscher in Sachen künstliche Intelligenz Prof. Antonio Krüger. Ihnen allen herzlichen Dank. Hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur laden wir Sie wie immer Freitagabend zum Schabbat ein. Das war der Programmhinweis. Die Sendung läuft am Freitagabend und danach gibt es Schabbat. Ja, wir hätten locker jetzt hier noch ein halbes Stündchen weiter diskutieren können, mindestens, aber wir wollen ja gerne auch noch etwas von Ihnen hören. Wir würden gerne wissen, ob Sie Fragen haben. Das funktioniert mit dem Melden ganz gut, wie Sie hier auch auf dem Podium gesehen haben. Ich bin dann willig und schicke Ihnen gerne jemanden. Wenn Sie eine Frage oder einen kurzen Kommentarbetonung wirklich auf kurz haben, kurz vorstellen und dann sind wir ganz ohr und würden uns freuen, etwas von Ihnen zu hören. Sie dürfen auch einen Moment nachdenken. Ich weiß, für die erste Fragende, den ersten Fragenden ist es immer am schwierigsten. Aber es wäre doch schön, wenn wir noch ein bisschen was hören von Ihnen. Da! Ha! Ja, Sie haben jetzt ja aufgehört mit diesem Fetisch Datenschutz. Mich würde interessieren, sind wir benachteiligt, weil wir in Deutschland einen extremen Datenschutz pflegen? Hat KI in anderen Ländern größere Fortschritte oder sagen Sie, nö, bei uns fehlt es nur an Geld, Zeit oder sonst irgendetwas? Danke. Spannende Frage. Wer möchte? Also ganz kurz, ich würde sagen, aktuell sind wir tatsächlich im Nachteil so ein bisschen, weil wir eben ein anderes System fahren als zum Beispiel China, wo jetzt die Datenschutzgrundrechte nicht unbedingt so da sind wie in Europa. Aber wie schon vorher gesagt, wir müssen ja nicht die gleichen Fehler machen oder in die gleiche Richtung gehen wie die anderen Länder. Es ist aber halt am Ende tatsächlich die Frage, setzt sich eines der Systeme durch? Können die koexistieren oder wird eben das eine irgendwie die anderen überrollen? Da bin ich absolut überfragt. Das ist Zukunftsmusik. Ich kann es praxisrelevant, zum Beispiel in einem Forschungsbeispiel, nicht ganz genau beurteilen, weil es ja nicht mein Feld ist. Aber was die Gesetze und Regelungen angeht, muss ich sagen, dass ich die DSGVO nicht schlecht finde. Wir haben insgesamt in Europa ein Verbot mit Erlaubnisvorbehaltung. Das ist die Datenschutzgrundverordnung, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Danke. Also die Verarbeitung von personenbezogener Daten, sensiblen Daten, ist verboten. Aber es gibt gewisse Erlaubnisse und die sind relativ weitreichend. Und natürlich ist es sinnvoll, dann zu schauen, welche technische und organisatorische Maßnahmen wir implementieren, um diese Ermöglichung wahrzunehmen. Und hier haben die einzelnen Mitgliedstaaten weitreichende Gestaltungsspielräume. Also sie können eigene Regelungen setzen, so auch Deutschland zum Beispiel, wo man natürlich unterschiedliche Regelungen haben kann, wo man dann wiederum fragen kann, haben wir jetzt eigentlich eine Harmonisierung, gleiches Niveau in Europa oder ist es wirklich an den einzelnen Mitgliedstaaten liegen, dass man hier unterschiedliche Regelungen schafft. Und ich denke, es sprechen gute auch juristische Gründe dafür, den Mitgliedstaaten dies zu erlauben. Aber dass wir, wie bereits gesagt in der Diskussion, auch entsprechende europäische Tools haben, weitere Harmonisierung zu fördern und anzugleichen und sozusagen mehr zu erlauben. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland auf eine gewisse Art und Weise im Nachteil sind. Das ist aber hausgemacht. Und das hängt eben mit unserem, einerseits der föderalen Struktur zusammen. Also wenn Sie mal gucken, wie viele Krebsregister wir haben. Wenn Sie schauen, wie viele Krankenkassen wir haben. Überall dort liegen Daten. Und andere Gesundheitssysteme tun sich da ein bisschen einfacher, weil die Daten einfach leichter zusammenführbar sind. Und ich rede jetzt gar nicht von juristischen, da bin ich nicht der Experte. Ich rede tatsächlich von der Art und Weise, wie Daten an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich erfasst werden und deswegen unglaublich schwer überhaupt, selbst wenn man das juristisch dürfte, zusammengefügt werden können. Weil die nicht richtig vergleichbar sind. Und da muss man viel stärker auf Standards setzen. Da muss es viel einfacher sein, Dinge zusammenzubringen, um tatsächlich die Datenquantität und die Datenqualität einfach auch zur Verfügung zu haben, um vernünftige KI-Systeme in der Medizin zu bauen. Eine kleine Ergänzung, das ist ein schönes Beispiel für diese kommunikative Perspektive auch zwischen verschiedenen Daten und Standards und Aufbereitung, aber auch in der Kommunikation zwischen verschiedenen rechtlichen Lösungen. Also dass man verschiedener Stufen und Ebenen von Kommunikation austauschbar und Vergleichbarkeit haben muss. Jo, ich glaube, die Frage ist beantwortet bis hierhin. Weitere mutige Vor- oder Interessierte? Ja, vielen Dank. Die Frage würde in diesem Fall an Herrn Dr. Kröger gehen. Sie hatten eingangs erwähnt, dass die Entwicklungszeiträume noch sehr weiträumig wären, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis tatsächlich KI-Systeme in dem Maße, dass sie auch nutzbar sind, einsatzbereit wären. Mich würde interessieren, wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Also ich meinte nicht, ich sprach, als ich über diese 40, 50 Jahre sprach, sprach ich über KI-Systeme, die in der Lage sind, ein Verhalten an den Tag zu legen, was man mit so allgemeiner Intelligenz verbinden würde. Also tatsächlich einer umfangreichen Intelligenz, das meinte ich damit. In der Medizin sind heute schon KI-Systeme mehr oder weniger erfolgreich im Einsatz. Es gibt tatsächlich auch schon KI-Systeme aus den 80er Jahren, Diagnose-Systeme, die wesentlich einfacher funktionieren, aber die auch lange Zeit im Einsatz sind und tatsächlich auch einen gewissen Erfolg hatten. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass grundsätzlich KI-Systeme in der Medizin erst in 40, 50 Jahren einsatzfähig sind, sondern da haben wir jetzt schon Beispiele. Aber wenn es um die allgemeine Intelligenz geht, das heißt generelle Intelligenz, Intelligenz, vielleicht Systeme, die womöglich auch dann ein Bewusstsein entwickeln, das sind Systeme, von denen wir tatsächlich 40 bis 50 Jahre entfernt sind. Und das ist auch etwas, was in der Wissenschaft von den meisten KI-Wissenschaftlern genauso gesehen wird. Und von dem man sich vielleicht auch ein bisschen fürchten müsste, oder? Also wie gesagt, aus meiner Sicht besteht da kein Grund, sich zu fürchten, weil diese Systeme, es gibt also heutzutage kein einziges System, was annähernd eine gewisse allgemeine Intelligenz entwickelt. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt KI-Systeme, die können etwas lernen, ja, aber die können nur eine ganz spezielle Sache lernen. Wenn Sie dem KI-System was anderes beibringen, ich nehme mal ein Beispiel, Schach und Go, das sind zwei Brettspiele, die sind relativ einfache Domänen. Es gibt also KI-Systeme, die können beides, aber nicht gleichzeitig. Das bedeutet, die Architektur und so weiter, die kann entweder Go lernen oder Schach lernen, aber gleichzeitig auf hohem Niveau Go und Schach spielen kann kein KI-System heutzutage. Aber ich meinte eben tatsächlich auch, wenn solche Systeme irgendwann ein Bewusstsein entwickeln, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Science Fiction gelesen, aber die Vorstellung finde ich doch eher beängstigend. Ja, sicher. Also man darf jetzt auch Science Fiction lesen. Ich bin auch ein großer Science Fiction-Fan, ja, das ist wirklich sehr unterhaltsam. Aber wir müssen auch tatsächlich schauen, was in einem überschaubaren Zeitraum, den wir als Wissenschaftler auch überschauen können, das heißt 15, 20 Jahre vielleicht, ja, was wir dort erreichen können. Und ich selber bin also der festen Überzeugung, dass wir diese Systeme nicht erreichen werden können. Es stellt sich auch überhaupt die Frage, ob das sinnvoll ist, solche Systeme überhaupt zu entwickeln und was sie dann bringen werden. Das ist alles offen. Wenn es geht, wird es gemacht werden. Davon bin ich überzeugt. Ich habe jetzt heute Abend in dieser Diskussion auch nicht zum ersten Mal verschiedene Einschätzungen gehört. Wir haben genug Daten, wir haben mehr als genug Daten, wir sind gut aufgestellt. Wir brauchen mehr Daten, um die Systeme besser zu trainieren. Die Daten, die wir haben, sind zu heterogen, nicht standardisiert, annotiert. Also brauchen wir mehr Daten, ja oder nein? Das Stichwort Patienten, Datenspende, viel würde das helfen. Das sind wieder sehr heterogene Daten, wieder nicht standardisiert erhoben, nicht standardisiert annotiert. Und wenn ich mir jetzt angucke, was Google macht, da ist natürlich nichts standardisiert. Die sammeln einfach Daten. Gibt es denn auch, wenn man jetzt an medizinische Anwendungen denkt, gibt es so etwas wie eine Schwelle, wo ich sage, wenn ich genug Daten, auch sehr heterogene Daten habe, dann habe ich in dieser großen Heterogenität trotzdem irgendwann eine Menge, die ich nutzen kann, um Systeme auf bestimmte Anwendungen doch hinreichend präzise zu trainieren. Gibt es so eine Schwelle? Das ist eine gute Frage, aber eine sehr schwierige Frage. Es hängt immer davon ab, was man tun möchte mit den Daten. Und ich glaube, wo wir uns einig sind hier, ist die Problematik Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten in großer Menge. Die Heterogenität ist ein Problem, aber auch der Zugang zu den Daten. Und der Zugang zu den Daten heißt, es müssen sehr viele Menschen zustimmen, im Zweifelsfall, dass ich Daten benutze. Oder es muss großer Aufwand getrieben werden, sie zu anonymisieren, sie zu standardisieren, sie in ein entsprechendes Format zu bringen. Ob es genug sind, hängt immer davon ab, was ich damit tun möchte. Wir Entwickler und Forscher, uns ist es nie genug. Also von daher haben wir immer Ideen, wo wir mehr brauchen könnten. Von daher ist diese Aussage auch ein bisschen aus diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Sie haben recht, Datenspende und so weiter hat nur Sinn, wenn wir ein Format festlegen, wenn wir auch letztendlich den Ablageort und die Verwendung dieser Daten uns überlegen, und das standardisieren und das normieren. Und es gibt diese Bestrebungen auf EU-Ebene, nicht nur für den medizinischen Bereich, sondern insgesamt zu sagen, die EU muss unabhängiger werden von den, sagen wir mal, den Datenpools, die es auf der Welt gibt. Und es müssen Datenpools bei uns entstehen und aufgebaut werden, die vielleicht unter anderen Kriterien, unter anderen gesetzlichen Regularien entstehen, aber die dann benutzbar sind. Also die Benutzbarkeit der Daten ist eigentlich die Problematik, über die wir reden. Und Big Data ist ein großes Thema, ist nochmal ein ganz separates Thema, wie man in heterogenen Daten dann trotzdem noch einen Sinn oder etwas raussucht. Das ist vielleicht das, worauf Sie auch angesprochen haben. Ja, da gibt es auch wieder Tools, da gibt es auch wieder Methoden, um mit solchen Datensätzen umzugehen, aber es ist aufwendig. Und es ist auch mit gewissen Unsicherheiten dann behaftet. Aluna, Sie wollten noch ergänzen? Nee, sah so aus. Gut. Haben wir noch eine Frage? Ich habe Sie angekündigt, vorher, nachher. Was hat Ihnen der Abend an Erkenntnissen gebracht? Also die Frage ist, wie wird sich das Verhältnis zwischen Arzt und Patientin beziehungsweise in der weiblichen Form verändern? Haben Sie als Patienten, Patientinnen den Eindruck gewonnen? Es wird sie zu mehr Gleichberechtigung führen und zu Kommunikation auf Augenhöhe. Also wer dieser Meinung ist, der hebe jetzt bitte seine Hand. Oh, ich würde mal schätzen, das sind sieben. Und wir machen nochmal den Gegentest. Wer denkt, dass Sie das nicht als Patient zu mehr Autonomie führen wird und Augenhöhe mit den Ärzten? Okay, also da sind Sie nach wie vor nicht überzeugt und skeptisch. Da denke ich, gibt es dann einfach eine Menge zu tun und eine große Herausforderung für die, die diese Systeme entwickeln und für die, die diese Systeme in die Gesellschaft kommunizieren werden und sagen, welchen Nutzen, nicht Nutzen haben diese Systeme. Wo liegen Chancen, aber wo liegen auch Risiken? Forschung bleibt ja nicht stehen. Forschung geht weiter. Also insofern vielen Dank für Ihre Meinung. Wir fragen Sie vielleicht in einem Jahr nochmal oder so, wenn wir ähnliche Themen haben. Das war es meinerseits. Machen wir da einen Punkt oder ein Semikolon? Fortsetzung folgt. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und haben Sie noch einen schönen Abend. Und wie sagt man jetzt immer, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.